Der darf nicht auf dem Feld explodieren und gar nicht essen, an den Kisten oder Häusern. Ist so gar nicht lustig. Wo ist denn das ganze Redstone hingewandert? Warte nicht. Ist wenig Redstone, das kann eigentlich nicht sein. Und da eine Kiste unten ist noch Holz drin, ja. In Blockform. Wo die ganzen Schleimbälle hingewandert sind. In der Kiste. Und ich hab welche dabei. Über anderthalb sechs. Über anderthalb sechs. Warte mal, ich schmeiß mal... Ich schmeiß mal Zombie in Ender Punch rein, okay? Dann schmeißt du gleich deine Ding rein. Bist du bereit? Hast du Tasche offen? Ja. Okay, Zombie hier in der Sonne. Da. Dankeschön. Ja. Gott ey. So gehst du auch, ne? Ja. Gegen den Brauch her. So kann man es auch machen. So kann man es auf jeden Fall auch machen. So geht es ja auch schneller gerade. Ja. Aber Ebene für Ebene, alles voller Slimes ey. Hast du die ersten getötete, Spawnsch will die neun. Was war da für, ne? Fünf, ja. Hm. Power Stone. High Slime. Hüfen. So alle stecken und gut. Ja gut, ich hab schon wieder vom Slime Bälle bei mir. Ja ist egal. Ja ich sag ja nur. Ich komm da glaube ich erstmal ein bisschen mit aus. Ich sag ja auch nur, dass ich schon wieder fünf hab. Ah. Warte nochmal ein Repeater ey. Hm. Drei Stück brauche ich locker. Brauchst du? Ah. Ja. Nur mal sieben Stück mit. Zack. Eins, zwei, drei. Nochmal höher. Muss ich gleich machen. Hä? Hi Slime. Hallo Slime. Hallo Slime. Hallo Slime. Hallo Slime. Hallo Slime. Stanzer Slime. Stirb, stirb, stirb. Poggeldinger. Oh. Okay, hab ich ab. Full Button. Und ich da weg. Button. Okay, das hab ich schon so gesetzt. Poggeldinger. Ui. Baille. tape. De dodozu du 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 du. Oh, der hat sich ein nude shutting dran. Heine Schmel. Heine Schmel. Heiehai. Das war eigentlich fertig. Na mal, noch mal gucken, wie ich das gemacht hab. Aweck. Nö. Ich weiß auch gar nicht, warum ich heute so viel huste. Ein bisschen nervig. Du-du-du-du-du. Weiße Farbe, weiße Farbe. Krieg ich durch? Koks. Koks und Nutten. Fuck. Scheiße. Hä? Stimmt doch was nicht. Ist doch genau die gleiche. na wieder klar doch gar nicht geht's fällt beim bauen das ist doch die richtige hier also ja die zwei fehlen nur stimmt nur die zwei fehlen alles klar was machst du denn hier unten ich weiß nicht wo die ganze piller gelandet die ganze marmelpiller die ich hatte ich glaube ich hatte keine mehr und wo ist jetzt mein schnitzel und wenn man so lange nicht mehr gezockt hat und dann die sachen sucht doch so lange nicht mehr gezockt hat der hier sagt man auch vor paar stunden ja aber das schon lange nicht mehr gemacht hat das war anders ne der dort eigentlich mache ich cover the stone cover the stone ok das ist schon mal falsch mh 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 irgendwie darf ich gerade nicht so viel reden warum weil ich vorher anfange zu husten so das kacke 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 sieht anders aus so wie du kann ich auf jeden Fall sagen so wie du halt ich bin kur이나 kacke kacke jr ich bin mh d das war doch so, oder? n l schuldig in unp ag Mabel Pillar Ach ja, gebranntes Marmel brauchte ich ja. Stimmt, ja, komm ich so, ging ja nicht. Wie übertrage ich das denn jetzt? Hallo Ah, Alter Hast du dich gerade erschrocken? Minimal Hallo Alles klar Oh, hat der arme Flash hier sich erschrocken, oh Zack Ich find's lustig Das ist gar nicht lustig, Alter Nur wo ich damit einmal stand Ja Tja Passiert Ich glaub du dachtest das wär sonst was oder so gewesen, ne? Du mich auch Ich wär echt so'n So'n scheiß Zombie, wenn der ganze Zeit so steht, ich hab kein Schwert, gar nichts in der Hand grad, nur Fäuste Mhm Ach, ich glaub mit dem Marmel ging das ja gar nicht, ne? Chisel Marmel brauch ich Okay Ab nach unten Dann brauch das ja auch nicht mal weiter breiten, brauch das kein Strom weiter fachhauen dadurch Und Abwärts Abwärts geht echt immer noch am schnellsten Man muss ja nicht hochlaufen Man muss ja nicht hochlaufen Hä? Man muss ja auch nicht hochlaufen Ne ne, oder? Ach hier Ne, doch nicht Autsch Autsch Fick dich so Slime, ey Bestell Schon wieder so'n fetter Klopper, ey äH Okay, ist schon wieder 29's slimeBette Schon wieder weggehen würde, ey Tschüss Mabel, 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 Mabel. Ich will das Mabel becanceln? Scheinbar nicht. Oder? Das ist Theorit, das ist Schalk, da ist Erde, ganz viel. Endeszeit, das ist Shale, Sandstein, was ist da oben? Ich muss das nur ausprobieren und gucken ob es funktioniert. Dusch ist Sand, da hat Mabel. Oh, das ist geschüttelt. Das ist geändert der Mabel. Das ist geschüttelt der Mabel. Burn, burn, burn. Mr. Burn. Wie ist das, das, das? Hm. Offen? Hm? Was willst du? Ich will testen, ob es funktioniert. Das ist Mabel. Blex, Blex. Nee, ich hab hier keinen normalen Mabel gebrannten. Vom Mabel kann ich es nicht. Wart mal eben noch bis es fertig gebrannt ist. Hm. Kimm. Mh mhm. Das rief. Da hab ich den Schlüssel. Dann hab ich aufschließen. Klack, klack. Ach ne, da ist vielleicht was drin, ne? Fuck. Kann ich das doch nicht auswenden. die sind alle voll die dinger scheiße scheiße bist du ja und selbst von endezeit haben wir ganz schön fehlen noch nicht ich weiß mal glas sein 36 stück und es kommt noch mehr schatten schaden macht er kurz an wieder aus ob dreimal an und aus geht dann am an und aus dann ist er befüllt noch mal den schlüssel machen das zu dann nicht mehr schlecht stecken ja jetzt die marvel rein ok wird nicht lange halten aber passt erstmal und das ding hat er noch glaubt vier slot zum ja auch vier slots um da upgrades rein zu bannern dann sollte das auch von der menge passen